Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hand Showdown. Diesmal wieder in einem zufälligen Trio. Was ist das? Was ist das? Was ist das? so, mal gucken was hier irgendwie auskommt möglichst mitbauen die das ist einem zufälligen Trio nicht unbedingt einfacher wobei manchmal bin auch ich der wundepunkt mal kurz in den Wagen rüber ein bisschen entfernt ente 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 kkk 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 und gebe mir meine feine zurück was sind die blöde Kuh? was ist denn für eine Kasse? wo kommt man da hin? so was ist die blöde? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Schade eigentlich, dass das nicht vorne ist. Ich glaub, wenn mir damit zackt wird. Ich glaube, ich werde mit dem Schrauben verletzen. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.